Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde Project 2002 Kappa Mode So, wir sind immer noch dran beim Neutronen-Collector Wir wollen davon erstmal einen Stack machen Da können wir erstmal was anderes machen, wenn wir dann eh erstmal warten müssen Weil wir für die Neutronium-Kompresse schon Neutronium brauchen und dafür brauchen wir irgendwie erstmal sammeln So, wenn wir uns hier das Rezept anschauen Wir haben schon den Großteil fertig mit unter anderem alles bis auf eins Vibrantium haben wir, Crystallized Redstone, die Darkloads Block of Elfen Quartz und Pillow of Elfen Quartz habe ich schon mal gemacht Compressed Dark Iron habe ich schon mal Auto-Craften lassen H2P Graphite haben wir in der letzten Folge automatisiert Jetzt fehlt uns hier nur noch der Solar Neutronen-Activator So, erst einmal brauchen wir dafür Steel Casing Sondern, naja, wir haben zwölf Ich habe deswegen gerade mal Machine Crane Reinforce gemacht Und ich würde es manchmal gerade ganz blöd sagen Da wird wir nicht mal was haben Nehmen wir uns mal sonst den Knäser Stars Da haben wir ja mittlerweile genug Und rotzen einfach mal rein Es ist das Beste, was wir momentan machen können So, packen wir hier rein Steel Casing brauchen wir nur noch Black Plastik Äh, Black Müssen wir noch ein bisschen machen Dann nochmal einmal So Plastik haben wir eigentlich Plastik haben wir eigentlich Also wir haben ja hier genug Glück für Plastik Das kann ich eigentlich auch mal rein schicken Also Habe ich keine Installation Card Das war jetzt sehr KLOK Äh Verdammt Hier einen Export Bass Und einen Fluid Export Bass Und einen Fluid Export Bass Naja, verdammt Ich brauch mal kurz ein Bucket Scheiße Da habe ich ja jetzt super nachgedacht So Jetzt aber sollten wir Da wieder haben So Und dann können wir einfach mal sagen Steel Casing Oh, wir haben nicht vergessen ein Rezept Und Ich bin auch blöd Wir brauchen ja mehr Wir brauchen ja, wenn ich das richtig im Kopf habe Ne Quatsch, bin ich blöd Also klar bin ich blöd Aber nicht so blöd Äh Steel brauchen wir Macht einmal Wie ich bin Out of Steel Jetzt weiß ich was das Scheißen Dreck Scheißen Dreck Scheißen Dreck Scheißen Dreck Nee, hä? Irgendwas stimmt da gerade nicht Irgendwas stimmt da gerade nicht Irgendwas ist doch da falsch im Starte der Endermark Äh Starte äh Last Millennium ElektroCast ElektroCast Steel 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 Wozu mein Gehle jetzt das ganze Stahl hin? Wut Wut Ey Leute Ich bin jetzt gerade maximals verwirrt ne? So So Ich habe die Derelei wieder hereingehauen Fünf Stück Ich schreile es nicht Ich schreile gerade nicht zum Verrecken nicht wo das ganze Stahl hin ist Oder warte mal Ne Ist gar nicht Oder? Das kann ich mir nicht vorstellen Aber was ich mal mache Einfach vorsichtig sein Aber ich nehme mir mal die Crafting Card raus Ja gut ähm Scheiße Ich habe jetzt eigentlich mit allem gerechnet Aber wenn die Stahl mit der so zu Stahl ausgeht Wird sie das noch was da drüben drin haben Im Unifier Barrel Ja Gottseidank Genau die richtige Anzahl Ey Das habe ich jetzt gerade echt aus der Fassung gebracht Äh Doch 100 Plastik brauchen wir Also merke Dann müssen wir mal gucken dass wir Dass wir langsam mal was pushen Ja Ja das war jetzt sehr gut So wie sieht das aus Sehr schön wir bekommen die Steel Casings Ah rausgezogen hat also Wird manchmal noch kein Crafting Rezept Sehr gut Dann wenn wir jetzt einmal schauen was wir hiervon haben Das Reinforced Alloy haben wir Wir brauchen jetzt noch Elite Controls Äh Äh 128 Doch das Great Plastik Alles klar Dann müssen wir mal gucken ob man da auch so was machen könnte Also eine Automatisierung irgendwie so Das war von den wichtigen Äh Plastiksorten irgendwie so bei Jeweils Ein Draw voll machen Ich glaub das wäre dann doch gar nicht mal so schlecht Wie viel haben wir noch? Ui Das geht ja doch ganz ganz schnell weg Ich würd sagen wir gucken dann in den nächsten Folgen mal Das war Die Plastiksachen nochmal was ausgebaut kriegen So Jetzt wird uns aber immer noch etwas HDPE Sheets Dafür brauchen wir einen Enrichment Chamber Dann brauchen wir eine PRC Brauchen wir noch eine PRC Und wir brauchen einen Crusher Crusher würde ich sagen können wir den hier nehmen Weil den brauchen wir eigentlich gar nicht So wir brauchen jetzt irgendein Plant Material Für Biofuel Da würd ich sagen da könnten wir Wie viel Weed haben wir? Okay Können wir Weed mit Wir können doch hiermit die Zapplinge machen Können wir nicht Komm wir sind schon Wir machen das jetzt ganz ganz einfach Wir machen uns jetzt hier eine GroonDraw Einmal komplett voll mit Weed Ja komm das passt Wir brauchen dann einmal Item Conduits Und Speed Upgrades Und Speed Upgrades Und Speed Upgrades Wir sagen dann schon einmal So Always Active Okay Okay das hat dann schon mal nicht so ganz gereicht Ähm Ich glaub nicht das was für ein Overkill Da können wir mal hier so ein Stack Amorous nehmen So da kann man dann schon mal laufen lassen Wir nehmen uns auf jeden Fall etwas Quas Und packen das dann Hier hin Lass mal wieder schon frei So der Crusher ist der erste Anlaufpunkt Da kommt der Bioführer rein Das kommt dann in die PSC Das ist die Pressure Die Pressure Genau die Pressure Rise 3 Action Chamber Genau Wir brauchen uns PCBs PCB Ähm Halt Printed Haben wir noch 2 Aber wir brauchen nochmal 2 Capacitor Machen wir 12 Sehr schön Sehr schön Die haben wir Dann brauchen wir noch Redstone Alloy Compressed Iron Und was war das von Plastik Yellow Compressed Iron So Und ich hab auch die Schnauze voll Morgen geh ich dann nicht mal zum Arzt Ich weiß nicht was das mit dem Husten sein soll Der ist wieder aufgetaucht Das ist einfach nur noch nervig Ich mach eigentlich nicht nur das Medikament und sowas Das hilft nix 16 Plastik So So Zack Hier haben wir euch Haben wir Danke Sehr gut Die können da rein Wir brauchen Äh Wir brauchen Ich muss mal ganz kurz gucken Stahl Wir haben schon wieder erst Blöcke 2000 1 2 Halt 3 4 4 Äh Wir brauchen Oh wir brauchen auch noch eine Enrichment Chamber Ach ne Oh ne Da hab ich doch jetzt gar keinen Bock drauf Ja gut Wir kommen nicht drum rum Wir brauchen Advanced Control Circuits Da brauchen wir vier Stück Dann können wir ja hier schon mal anfangen Was haben wir hier von Das ist ja schon mal sehr schön So davon brauchen wir erstmal Gut Wir brauchen Advanced Circuits Das heißt wir brauchen Papier Silica Okay wir brauchen 3,4 Hier haben wir noch Silica Ach ich mach einfach ein neues Set ist nicht so Die Welt Wir brauchen ein wenig Quarz Äh Titanium Dann können wir das schon mal machen Ach der Item Fabricate hab ich auch rausgehauen ne Item Fabricate Da haben wir ihn So zack und zack So in der Zwischenzeit Wie sieht das aus mit Ähm PCB Da haben wir noch vier Stück von Und wir brauchen auch vier Stück Ja das ist ja perfekt Ich würde aber sagen wir machen mal ein Rezept für Den hier Capacitor Ein 1,2,3 Und ein 1,2,3 Und Transistor genau Eine Transe brauchen wir Compressed Iron 100 100 Zack Und jetzt einen Transistor Zack Sehr schön Sehr schön Wie sieht das hier aus Wir brauchen Papier Papers Sehr schön Dann haben wir nämlich grad hier jetzt auch endlich mal auf Autocraft Und ich fürchte ich muss mal echt kurz das Fenster aufmachen weil der PC haut gerade so ein bisschen rum Ja ich gucke echt mal dass ich mir langsam mit meinem PC hole ich bin da schon ein bisschen am sparen Der ist nicht schlechter PC versteht mich nicht falsch bloß er ist alt Ich könnte ihn zwar noch weiter aufrüsten aber naja ich glaube vom Kosteneffizienzpunkt her wäre es besser wenn ich mir da einfach einen neuen wurde Äh so hier Blanked Circuit brauche ich jetzt noch Gut ähm Wir brauchen vier stück Und wir haben uns dann schon bald geschafft Ich hab keinen bock mehr bock mehr bock mehr ich hab keinen bock mehr bock mehr Ja Ist der eigentlich richtig drauf Anscheinend Wir können dann schon mal hier Oh 100.000 wie Ne 10.000 Ich bin auch gut 100.000 1,2 Machen wir schon mal so Äh wir brauchen dann schon mal einen Test das ist das ist erragt Äh wir brauchen dann schon mal einen Test das ist erragt Den klatsche ich hier hin Äh base set frequency Energy Ich hab keine Energy Convert mehr Oh ich hab die auch nicht eingespeist Was ist das denn? Ich hab die auch nicht eingespeist Ich hab die auch nicht eingespeist Was ist das denn? Wir haben Ähm Ähm Ich glaube aber Wir können dann jetzt hier mal Was hast du denn jetzt schon wieder? 4 Ja Herzlichen Glückwunsch So So Hier fehlt uns dann jetzt wirklich nur noch genau das Glumpe Ähm Ähm Genau Energy Wir brauchen ein Rezept für den hier Wir brauchen ein Rezept für die da Und ein Rezept für Und ein Rezept für diese Das kommt dann natürlich auch alles hier rein Und dann Und dann Energy Zack Machen wir mal 300 Oh Conductive Iron Danke So Energy 300 Danke So Wie sieht das jetzt hier aus? Hat er jetzt endlich mal ausgespuckt? Danke schön Zack Zack Bitte Ich möchte zumindest ähm Die Maschine heute noch fertig kriegen Auch wenn es noch lustig wird das ganze gleich zu verkabeln Also bin ich mir ganz sicher dass das noch einen kleinen Moment Was dauern kann Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen ekliger werden So Ähm Ähm Ende Energy Da gibt es mittlerweile einen Catcher für? Ehm Ehm Hier hätte man eigentlich auch so easy eine Momfer machen können Energy Dream Receiver Ich schau mal gerne mal so ein paar items zwischen durch an Hier so einen schönen Energy Drink Achso das ist fertig Das war ein Anzeigefehler So So React Reaction Chamber Einmal zweimal Einmal zweimal Super Achja Ach das ist auch gleich eine Quest So Wir brauchen dann nochmal ein wenig Quarz zum verschönern Und wir müssen ihm jetzt sagen Du bekommst von hier Input So und nun willst du arbeiten brauchst du was? Du brauchst Wasser und Hydrogen Alles klar Das heißt im Klartext Wir brauchen nochmal Einmal Wir können das dann gleich Nur zum Das Substrat kriegen wir hier raus Genau Dann kriegen wir hier Ephilin aus Müssen das noch Genau Wir brauchen Liquid Ephilin Das heißt wir brauchen auch noch ein Oh Gott Wir brauchen noch einen Electroletic Separator Gut Ich gucke dass ich jetzt alles fertig kriege Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss